Ja, grüß euch heute miteinander. Ich habe da wieder ganz was Nettes gefunden. Und zwar ein Gedicht von einem ganz bekannten Mann von De Pauli. Und das heißt, dem Herrgott sei Revier. Ich brauche daheim keinen Maler nicht. Auch sonst kein Handwerksgesell. Ich schlafe auf dem Maus und dann im Strip und brauche kein Bettengestell. In meinem Haus gibt es keine schlechte Luft und auch keine Fensterscheiben. Und wir werden frische Almluft, wo ich mich umtreibe. Ich brauche nicht auf die Zeichenspitzen durch mein Zimmer gehen. Und habe auch nicht durch jeden Schlitz die Nachbaraugen stehen. So etwas gibt es da oben nicht. Wo mein Jodler schallen. Wo mein schwerer Berglschritt von Stein und Fels dort hallen. In dem Reich gibt es keine Heimlichkeit, keine Falschheit und kein Geschwätz. Da gibt es in alter Einfachheit ein uraltes Berglgesetz. Und das heißt, Freund sein mit allen. Ob Mensch, ob Tier, ob Pflanze, ob Stein. Sechs Leute. Drum tunkt es mich auch so fein. In Herrgott sei Revier. Ja, das war's wieder einmal. Und so sag ich, wie oft, führte euch alle miteinander.